Und genau diesen Spannungsgrad können wir messen mit Hilfe von Biofeedbackgeräten. Bei Biofeedbackgeräten wird der Hautwiderstand gemessen mittels Sensoren. Man kann daher das Aktivierungsvermögen, aber auch das Entspannungsvermögen sichtbar machen und damit auch trainieren und sehen, welche Methode wirkt, um mich zu aktivieren oder zu entspannen. Das heißt, ich stelle das jetzt einfach mal an das Biofeedbackgerät an und ihr werdet sehen, wie es funktioniert. Jetzt fahre ich mich hoch und ihr seht, wie der Graf nach oben geht. Und wenn es wieder darum geht, runterzufahren, fährt er wieder runter. Das ist das Trainieren des Körpergefühls. Das ist das Trainieren des Körpergefühls.